Hi, ich bin Bob. Ich lade euch alle ein zum Fitness-Day hier in Frankfurt am 21.11. Ich bin Trainer für das Bootcamp mit drei anderen Trainern noch zusammen und dann geben wir richtig Gas. Ich lade euch alle ein, kommt vorbei. Ich lade euch alle ein, kommt vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.